So, das war jetzt nochmal das Wetter von der Insel Hübensee. Auf dem Router ist unser Wetterexplatte dann auch live mit hier auf der Warnminder-Waffe. Das war es erstmal von uns um 20 Uhr hier auf der Bühne los mit der NDR 1 Radio MV Party. Wir müssen uns also verabschieden und die Bühne frei machen. Tschüss!